2 und 3, also die letzten 2, 3, ne? Ich nehme hier jetzt 3 Bahnen. 2 und 4. Ja, dann kommen wir jetzt an zu der letzten Staffel des Tages hier und ganz stark unter Aufsatzmannschaft mit seiner Vollwerten, die wir als Thema gerade vorgegangen haben hier, aber auch den Faller, den FDV, das sieht ja nicht so gut aus, ne? Maxi, los! Walter! Hepp, 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 hepp! Ja! Ja! Ja!